Wenn du auf die Karte guckst, zwischen 5 und 37. 5 und 37... Ja? Das kannst du alles nehmen, auch rechts davon noch. Ja, aber guck mal, da fällt 21, 22 runter. Das ist jetzt top... Ja, gut, da hinten war, wenn ich glaub... Einmal noch fahren... Ne, das war das. Ach, keine Ahnung. Ja, ja, aber die ist auch riesig. Ja, aber ich kenn... Vor hier oben hab ich halt immer die da... Alter, ich brauch ein Gewicht. Ähm, hab ich halt immer das da genommen. Und hab das dann zum Hof gefahren. Der goldene Ochse. So, ich glaub 26.000 sollte dann reichen, oder? Ein bisschen mehr als 30.000 gibt's, glaub ich. Aber sagt gut. Oh nein! Oh doch. Bitte, was passiert? Das ist ein Glückwunsch, sie haben einen Überschlag. Oh, das muss ich jetzt gucken. Und weh!!! S ass auf. Denn sich nicht mehr als weißer Tag oder ... Also wenn ich hier hinbefahreiche Update nicht mehr extra, Ganz schnell! Oh Mann! Äh, 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 egal, jetzt nehmen wir ihn mal, dann müssen wir ihn irgendwo anders hinstellen. Passt ja Silos, wo du's reinstellen kannst. Ja, vor allem, dass, ähm, der, der, der bleibt ja nicht hier unten, der geht ja hoch, zum Schafhof. Der geht zum Schafhof, ähm, das Nächste ist, wenn du's Mähwerk komplett hast, also das, das Frontteil und das Heckteil, das Heckteil geht auch da oben gar nicht rein. Okay. Die Halle trifft ein bisschen höher sein, oder das Haus. Ja, du, man kann nicht alles haben, ne? Ja. Wie man so schön sagt, entweder das Fünferle oder das Weckele. So, jetzt ist die Frage, wie hab ich die Mäse wieder hochgekommen, aber ich glaub's nicht. Weil für die Mäse da, was ich die Kaxa hab, dass der da überhaupt hochkommt. Ah. Ah. Für den Sammelwagen mit 4 kmh unterwegs. Gleiden. He, he. Am Anfang. Ja, das hier steht. Schlepper plus Sammelwagen jetzt leer, 8 kmh. Wow. Ja, gut, was das Ding noch nicht drin, ne? Drive Control. Ja, jetzt hab ich's aber drin. 9 kmh. Haha. Hast du Fruchtzerstörung an? Ja. Na, ich hab's rausgenommen. Hab's noch nicht drin am Anfang. So, gehen wir kurz die 31.000 Weizen reinschmeißen. Ja, Matze, du kommst langsam an die 40 Stunden runter, ne? Ja. Und ich bin langsam bleib, ne? Ah. Deshalb probieren wir jetzt nochmal alles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, was ich bei Giants nicht verstehe, ist, dass die die Spiegel von außen nicht hinkriegen. Ja. Das finde ich... Also, die einen Streamer bringen's ja hin. Zum Beispiel mein Fendt. Hier, der, der hat's perfekt. Ja, die, also die Motoren, wollte ich grad sagen, die, die kriegen's hin. Aber die schreien selber mit ihre Schlemmen, die bringen das nicht mehr. Ja, komm hoch. Was ich auch geil finde, ist die Halle bei Dalu, die ist auch geil gemacht. Die große. Welche? Bei Dalu, wo der mit den Rolltoren, musst du halt bei mir kurz gucken. Achso. Die ist richtig geil gemacht. Wie passt's da rein? So komisch, und zwar soll ich Pickup ablassen. Oh, da passt ja alles rein. Locker. So, jetzt brauch ich nur noch Schmirgelmittel. Nein, ähm, fährt sie leise, geht einiges ran. Ja, ich hab jetzt 31.000 reingekippt. Boah, nur noch Dünger. Was war's, normalen Dünger, oder flüssig Dünger? Flüssig, ja. Oh, ne. Du weißt, dass die Dünger hast, wenn wir nicht gebeizte Saatgut haben, ein bisschen. Scheiß feuch, ich halte die Fresse mal an. Das nervt mich schon wieder. So, nachher wird ganz viel Diesel hergestellt. Also, weil der Meer schreit auch irgendwie den ganzen Park jetzt auf der Karte verteilt. Guck mal rum, der Ding bräugt gerade ein Diesel. Was kann man mit dem Stroh alles hermachen? Nicht viel, ne. Einfach für die Tiere oder normal verkaufen. Ich glaube Stroh werde ich auch ein paar Tausend brauchen. Nur von einem Feld. Hast du was gefunden zum normal verkaufen? Stroh? Stroh solltest du verkaufen können, ja. Da. Ach so, das ist das hier. Ja, stimmt. Da. Depp, depp, depp. Was war denn das? Irgendwas hat mich nicht gefunden gehabt. Alter. So, mit der einen Wiese, der hängt er fast vor. Ach ne. Halb voll bis jetzt. Wo hängt denn der jetzt fest? Das nächste, was ich anfange, ist vielleicht Schwein. Okay. Dann würdest du ja Schweinefutter produzieren, ne? Ja. Ja. 45.000 Stroh habe ich jetzt schon. Alter, das helft den 900er hat mit dem Hänger. Das ist okay. Gut, das ist auch kein Frontgewicht, das ist ja logisch. Ja. Gut. 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 Moment mal, eigentlich brauche ich das ja gar nicht, dann können wir das ja wieder weg. Hier war schon das normale B-B. So, warte, einmal weg. Warum hast du denn du normale Silos aufgestellt noch? Zusatz-Silos. Ja. Weil wir das meistens nicht weit richten. Also, wo hast du denn die aufgestellt? Für den unteren Hof oder? Für den normalen Haupthof. Wie viel Lager hat man denn im Haupthof, weiß ich das gerade? Nicht so viel, oder was? Ich fahre 200,000. Ja, ich gehe mal die Karte durch. Irgendwo kann man das sicher umstellen. Aber Matsi, du hast es verloren, ne? Geil. Oh, wie geht das? Wie sieht das aus aus? Also, das war das. Also, das war das. Äh. Dann mache ich halt dann. Hier nochmal mit Party. Hehehe. So, jetzt würde ich eigentlich erstmal den Sprit da runterfahren. So, jetzt steh ich nochmal wegisch hier oben. Achso, ich hab den da mit Absicht da hingesteckt. Naja, aber da ist die Dauer hergestellt, steht doch scheiße. Definitiv. Viel Gesundheit. Ah, danke. Irgendwann los. Wo ist der Anschluss? Hier. Muss das da sein, oder? Ja. Schöne Dieselanlage. Oh geil, neun. Hehehe. Hehehe. Vier, sag mal, was ist denn los heute? Matze, heute ist nicht dein Tag. Ja. Hat mir so jemand mal geflüstert. Hehehe. Ist der Diesel voll, oder was? Warum? Der hatte gerade die letzten unterschiedlichen abgeladen. Und die letzten paar Tropfen. Ja, da hatte ich nicht so viel Platz. Voll? Keine Ahnung. Glaube nicht. Servus. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das in dem Bulli seine Stimme ist. Wer wo? Der Bauer auf dem Hof, der Servus sagt. Das klingt wie bei der Schuh des Manitou. Okay. Servus. Äh, da habe ich schon noch Lametten. Nicht unten. Das sollte da oben mal weg. Dann... Dann gucken wir mal weiter machen. So. Erstmal rechts ran fahren. Weißt du, wo man die Größen ändern kann in der Datei? In der Datei? Ja, weil es sich zum Beispiel eben das Lager vergrößern und so. Bei mir scheiß ehrlich gesagt an solche Silos hinzusetzen. Ja, das ist aber teilweise ist das im Editor verbaut. Okay. Das heißt, du müssen die ganze Karte auseinander nehmen sozusagen. Ja, du musst quasi dann hinter die Karte einkommen und gucken wo der Trigger fest sitzt für die Größe. Ja. 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 Wo habe ich... Ah. 32 vielleicht. Habe ich den jetzt echt verkauft? Bitte nicht. Scheiße. Doch. Habe ich. Was hast du verkauft? Den Pflug. Scheiße. Der kostet noch zu viel. Scheiße. Der kostet noch zu viel. Nee, in der Mitte. What's the wrong? Eeehh. » stellen ganz nach hinten bis zum anschlag und dann wird das 1 2 von vorne ist das schmiermittel wobei der aral verkaufen kannst bei reifeisen und bei der shell ist eine frage hast du da eine zahl drin ja steht bei dir null oder steht bei dir wieviel da eigentlich müsste schmiermittel sein weil benzin kann es nicht sein unten rechts ich frage es linken hast du normales blau und weiß hast du nicht habe ich wieso hast du zu grüben habe ich aber noch viel weil ich einmal ein feld gemacht habe du hast auch schon Kartoffeln alter ich habe zwei wochen Zeit gehabt ich muss sie ja irgendwie ausnutzen aber schon nachher sechs wochen Zeit dann mal nach acht wochen hähähäh so schiss fällt auch gleich fertig und dann nach links ok ok So, und wer hier zwischst jetzt? Was hast du denn jetzt geladen, Schmiermittel oder? Ja, okay, das ist Schmiermittel, was er da anzeigt. Das ist Schmiermittel. Das ist Schmiermittel. Das ist Schmiermittel. Das ist Schmiermittel.